Hallo, ich bin Vincent. Willkommen zu der neuen Folge Minecraft Möhrer mit Tobi und... Ich bin ernsthaft, dass das Zombie ist. Dass ihr Zombie seid. Ich hab das Halloween-Taktion-Pack. Eigentlich war ich schon nach vorne auf der Aufnahme, aber dann hat eine gewisse Person mitbrochen. Ja. Ich weiß nicht wer. Da ist jemand Interzend. Interzend. Das ist YouTube. Wo ist das YouTube? Endlich sind safe. Wollte ich aber schreiben, musst du dir mal aus Englisch. Wenn ich... das ist... Irgendwo. Ein, zwei, ein bisschen so... Du hast Spaß! Nio, lieber du liebes Kennen. LOL! OOOOOH! Interzend. Ich hasse diese schöne Märkte immer mehr, weil die ist mir zu groß. Du, bleib mal stehen. Was? Da ist jemals Interzend. Hä? Was bist denn du? Interzend. Als ob... Warum schnauscht du genau in meinem Schlesfeld? Da war gerade der... Mann! Du hast geschossen! Du bist ja mit meinem Schlesfeld gewinnen, aber er hat gerade das Schwert doch gezugt. Du... Mann! Wir hätten gewinkt können. Ich finde das gerade auch so geil. Als ob es am lieben Gatter liegt. Ich halte die Hand. Guck mal... Ich wollte gerade abschießen. Und was macht er? Er läuft einfach in mein Schlesfeld rein. Du bist gut, wo wir liegen. Guck mal, wo wir liegen. Winsel, guck mal. Du, die liegen genau nebeneinander. Guck mal, wo wir liegen. Winsel, guck mal. Ich bin jetzt mit dem Mörder. Ich bin jetzt mit dem Mörder. Du, mein Finger. Hust, Finger. Winsel, guck mal. Ich bin jetzt mit dem Mörder. Ich bin jetzt mit dem Mörder. Du, mein Finger. Das ist so ein Verarsche, ey. Ich sag, wenn das Mörder auf Kars ist, dann renne ich in den Spieler rein und das dann genauer Mörder und töte mich. Die Anzeige ist weg. Oder? Meine auch. Als Anzeige. Also in der Art, dass man am Anfang steht, Innocent oder Mörder oder so. Also in meinem Fall halt Mörder, aber. Also in meinem Fall halt Mörder, aber. Ist die Anzeige bei euch auch weg? Also im Anzeigen steht, ähm, du bist Mörder halt. Schießt du? Ist die Anzeige bei dir auch weg? Ist die Anzeige? Aber in meinem Fall steht doch, ähm, Mörder oder so, ähm, Mörder als Ballstier. Stimmt? Ist die recht? Ach, warum war's doch? So ein Angstleuchter. Guck mal, warum tut er mir so an, da? Na guck, mal gucken, wenn du so schlau bist. Die sind so viele Pigmans, ey. Hat jemand geschrieben, du bist so Pigman. Also ich will halt deinen Mörder mal gucken, wenn du so schlau bist. Mal gucken, wenn die Mörder den Mörder tötet. Die Mörder hat so schlau. Der ist halt so nirgends. Hä, ich checker gar nichts. Na, du sollst jetzt den Mörder türen. Das ist meine Anzeige. Du musst jetzt den Mörder türen. Hä, ich weiß nicht, wo mein Mörder ist. Hä? Ich aber nicht. Dann sag's bitte auch nicht. Nö, ich sag's nicht. Hä? Ja, jedenfalls ein Blauer und da ist. Oh, guck mal, wer im Mörder ist. Ich schlau jetzt wieder her. Wer der Mörder ist. Na, willst du mir den Spätsch? Na? Das ist so dumm. Der ist Mörder. Der ist summt conscious. Nerven. Werf. 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 geben muss es ist Ein Gold. Ein Gold. Allein, ihr Liebchen. So richtig. Still ist mit. Das Gold. Oh. Ich laufe irgendwo hin und dann werde ich wieder das Hingeb... Alles klar. Ich hab das Gold rein sammelt. Oh. Ist der wohl? Wielten das? Nein, der klingt! Was? Ich weiß der mörder ist. Ich weißt der. Winson kam her. Nein. Oh ich zeige Gold. Ich kann Menschen umbringen. Ich kann Menschen umbringen. Mach das bei Tobin. Mach das. Mach das bei Tobin. Bei Tobin, die sie in den Boden bekommen. Mach das, mach das. Also wenn ich detektiv wäre, würde ich auch mal unten nachschauen. Da liegen dann richtig viele Leichen. Als Ohrwolli-Spiech. Lässt du auch mal, was ich sage, oder? Also darfst du sagen, wer Mütter so ist. Verwenden ist kein Mütter von. Das hat aber auch jemand gestorben. Und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Tschüss.